Der alte Bahnhof in Konz ist ein Baudenkmal. 1860 wurde das Gebäude im Stil der Neu-Renaissance errichtet. Der Bahnhof blieb lange Zeit einer der größten in der Region. Doch die Deutsche Bahn ließ den Prachtbau irgendwann verfallen. Zunächst kaufte die Stadt Konz das Gebäude, 2012 übernahm Investor Wolfgang Schäfer es. 2017 begann seine Firma IFA Immobilien mit der Sanierung. Nun ist das Projekt fast abgeschlossen. Im Juni 2021 will der neue Pächter, der Trierer Gastronom Attila Gülgen, in dem Gebäude ein Restaurant mit Biergarten eröffnen. Mit Volksfreund.de hat er eine exklusive Führung durch die Räume gemacht. Was erwartet die Konzer denn hier? Wie viele Räume, wie viel Platz ist hier? Also die Konzer erwartet hier, wir werden regionale Küche hier anbieten, regionale Weine. Wir haben draußen circa 250 Außenplätze und 250 Innenplätze. Sonntag haben wir hier große Frühstückbuffet, wo die Familien sich treffen, Oma, Opa, die ganze Konzer quasi hier sich treffen können. Im Erdgeschoss werden die Küche samt Kühlraum, die Bar, der großzügige Eingangsbereich und mehrere Toiletten untergebracht sein. Herzstück wird aber sicherlich der Gastraum mit sechs Meter hohen Decken sein. Das Gebäude ist komplett stilgerecht saniert worden. Dazu hat der Investor laut eigenen Angaben rund zwei Millionen Euro in die Hand genommen. Gülgen hat nochmal einen sechsstelligen Betrag draufgelegt. Und dann haben Sie ja im Obergeschoss gibt es ja mehrere Räume. Wofür sind die denn gedacht? Ja. Also oben die Räume ist dafür gedacht, dass für Hochzeiten, für Geburtstagsfeier, für Firmenfeier, Kommunion, für solche Anlässe haben wir oben schöne Räume. Und da können wie viele Leute ungefähr rein dann? Sie haben glaube ich 50, 60 gesagt. Also wir haben hier zwei Terrassen oben. Die rechte Seite sind ca. 50 Außensitzplätze und 50 auf der anderen Seite. Quasi 70, 80. Zwei Hochzeiten können da gleichzeitig stattfinden. Wie linke Seite und rechte Seite quasi. Okay. Und dann werden Sie um dieses, das ist ja ein großes Gastroprojekt, da werden Sie ja auch hier ein paar Leute einstellen. Was haben Sie denn da geplant? Ja, genau. Wir werden ca. 20 Festangestellte und ca. 15 bis 20 Aushilfen einstellen. Gut. Und haben Sie das Personal auch schon gefunden? Ja, wir haben schon ca. 10 Leute gefunden. Wir suchen immer noch Personal. Vielleicht können sich ja ein oder andere bei uns bewerben. Wir würden uns sehr freuen.